hallo leute ich zeige euch heute wie ihr beim kunab nas eine feste ip-adresse vergeben kann damit ist die interne feste ip-adresse gemeint weil man kann entscheiden ob man eine feste ip oder eine adresse über dhcp beziehen lässt nicht die externe die bezieht sich auf den provider so dann gehen wir zunächst einmal auf unser nas wenn wir uns einmal an in meinem fall habe ich den autologen aktiv bzw hat die sitzung noch gespeichert gehabt und es gibt zwei möglichkeiten einmal ganz normal bei der ersteinrichtung wird man gefragt ob man eine feste ip oder dhcp machen möchte das ist in meinem fall nicht der fall sondern wir möchten das nach der ersteinrichtung durchführen zusätzlich habe ich schon meine zwei eingebendet ports gebündelt und an einen kompatiblen switch angebunden so dass ich 2gb anbindung am nas habe gehen zunächst hier oben auf die drei striche gehen dann einmal auf netzwerk und virtuelle switche das wird nämlich benötigt dadurch diesen virtuellen switch die zwei netzwerk ports zusammengefasst werden gehen wir nämlich einmal auf virtuelle switch und hier sehen wir schon physikalisch adapter 1 und 2 bei der sonne ports gehen wir hier einmal auf die drei punkte oder falls ihr nicht beides habt wird das hier einmal einzeln angezeigt geht auf die drei punkte geht auf konfigurieren dann habt ihr hier einmal die adapter und in meinem fall habe ich hier schon ein paar vms draufgepackt und deswegen kann man die einzelnen adapter auch den einzelnen vms zuweisen genau dann gehen wir auf weiter und hier ist schon gleich der unterschied bzw der punkt den ihr beachten müsst staatmäßig ist es dhcp bezogen ist aber eher unbrauchbar wenn es ein festes system sein soll und nicht aus versehen mal einen kleinen die gleiche ip hat wie das nas deswegen nimmt man meistens eine ip-adresse außerhalb des dhcp bereichs des routers in meinem fall habe ich hier auf statische ip gesetzt habe dem fall die 92 68 78 und punkt 2 genommen und das gateway ist in dem fall die punkt 1 genau dann geht mal wieder auf weiter dann fragte halt ob man noch irgendwas zusätzlich aktivieren möchte ob man zum beispiel ob der switch also der wird es wird selbst auch noch mal natt machen soll das heißt dass er dass er an den netzwerk port zum beispiel auch ein extra dhcp server aktivieren soll das wollen wir natürlich jetzt nicht weil er könnte jetzt als beispiel wir haben beide netzwerk ports er könnte über den einen das internet bekommen und über den anderen könnte zum beispiel das interne netzwerk verteilen ist auch möglich also eine art router funktion möchten wir natürlich nicht gehen wir gehen auf weiter dann fragte nach ipv6 in meinem fall wird das nicht benötigt bzw richtig das nicht ein weiter dann fragte nach den dns server und da ist natürlich im normalfall das standard gateway als primärer dns einzutragen oder halt falls ihren dns server habt und als sekundärer dns kann man den 8 8 8 8 also den google dns eintragen und am ende wird dann alles noch mal vorgegeben wurde oder was sie eingestellt habt in meinem fall drücke ich jetzt nicht abspeichern sonst resettet er einmal kurz die netzwerkschnittstelle und dann stürzt kurzfristig die verbindung ab das wäre es in dem fall schon gewesen und bei fragen unten in den kommentar und für einen daumen hoch würde ich mich auch freuen dankeschön